Karriere machen, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, investieren und Profite jagen. Warum machen wir das eigentlich? Die Antwort? Geld, Geld und Geld. Aber machen wir einen Schritt zurück? Was machen wir mit Geld? Es kreiert Zeit, Mobilität und Möglichkeiten. Die Neuen Reichen ist eine Gruppe, die gesehen hat, dass es nicht nötig ist, Millionen zu verdienen, um wie Millionäre leben zu können. Sie haben herausgefunden, dass man wie ein Millionär leben kann, ohne sich kaputt zu arbeiten bis 65 oder ohne eine Fortune 500 Unternehmung zu gründen. Im Buch, die 4 Stunden Woche, geschrieben vom Unternehmer Tim Ferriss, lernen wir, wie die Neuen Reichen das alles anstellen. Also lass unbedingt eine positive Bewertung da, wenn dir das Video gefällt und falls du neu hier bist, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Hier sind die 5 Kernaussagen aus dem Buch, die 4 Stunden Woche von Tim Ferriss. Willkommen bei Money Talk. Kernaussage Nummer 1 Der Schritt-für-Schritt-Prozess der Neuen Reichen Generiere Zeit, Mobilität und Möglichkeiten, ohne von Geld abhängig zu sein. Tönt nach einem verdammt guten Deal, oder? Und darum wird die Strategie, dorthin zu gelangen, auch mit Deal abgekürzt. Das Leben ist Ansichtssache. Nur weil jeder einem 9-to-5-Dogma folgt, heißt es nicht, dass du es auch machen musst. Nicht alle können der Strategie von Tim Ferriss folgen, aber hoffentlich klappt es für dich. Das D steht für Definition. Als erstes müssen wir unsere Ziele neu definieren, in einem Spiel, in dem wir seit langem in die Irre geführt werden. Geld ist nicht das Endziel. Relatives Einkommen übertrifft das absolute Einkommen, sobald die Grundbedürfnisse gestillt sind. Aber dazu mehr in Kernaussage Nummer 2. E steht für Elimination. 24-7 auf Trab zu sein, wird oftmals als ambitioniert angesehen. Tim Ferriss teilt diese Meinung nicht. Es geht darum, so zu denken, wie es eine faule Person machen würde. Das bedeutet, so produktiv wie möglich in der kürzesten Zeit zu sein. Und dazu gehört auch unproduktive Tätigkeiten auszuschließen, die wir in Kernaussage Nummer 3 besprechen. A steht für Automation. Outsource, Outsource, Outsource. Keine vergeudete Zeit mehr mit sich wiederholenden Aufgaben. Wenn du deinen Stundenlohn auf sagen wir 20 Euro schätzen würdest, dann macht es doch durchaus Sinn, wenn jemand anders deine Aufgabe für nur 7 Euro in der Stunde übernimmt. Auch dazu mehr in Kernaussage Nummer 4. L steht für Liberation. Skifahren ist besser in den Alpen. Surfen ist besser in Costa Rica. Tauchen ist besser in Australien und die Schokolade schmeckt am besten in der Schweiz. Warum sollte man sich also auf eine einzige Örtlichkeit beschränken wollen? In Kernaussage Nummer 5 zeige ich dir die Tipps, die Tim Ferriss für dieses finale Puzzleteil, die Mobilität auf Lager hat. Kernaussage Nummer 2. Relatives Einkommen übertrifft das absolute Einkommen. Okay, also D steht für Definition und es geht um eine neue Definition von Reichtum und Wohlstand. Wer ist deiner Meinung nach reicher? Der Investmentbanker, der eine halbe Million im Jahr verdient und 80 Stunden in der Woche arbeitet? Oder der E-Commerce Unternehmer, der 40.000 im Jahr auf Autopilot mit einer 4 Stunden Woche verdient? Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Es würde mich mal Wunder nehmen, wie du das Ganze siehst. Tim Ferriss spricht von einem Freiheitsmultiplikator, der aus 4 Variablen besteht. Jede Variable, die du kontrollieren kannst, lässt dein Einkommen an Wert multiplizieren. Die 4 Variablen sind, was du machst, wann du es machst, wo du es machst, mit wem du es machst. Wenn wir wieder den Investmentbanker mit dem Onlineunternehmer vergleichen, dann können die beiden die Fragen unterschiedlich beantworten. Unter dem Strich ist es plötzlich sehr gut möglich, dass der Unternehmer reicher zu sein scheint, da der Investmentbanker in seinen Möglichkeiten sehr eingeschränkt ist. Hier lernen wir ein sehr wichtiges Konzept kennen. Und zwar, dass relatives Einkommen über dem absoluten Einkommen steht, sobald genügend Cashflow vorhanden ist, um den gewünschten Lebensstandard finanzieren zu können. Mit unserem Investmentbanker wird das folgendermaßen aussehen. Der Investmentbanker verdient unbestritten mehr im Vergleich des absoluten Einkommens. Sobald die Zeit eine Rolle spielt, sieht es jedoch ein bisschen anders aus. Der Unternehmer verdient mit seiner 4 Stunden Woche umgerechnet 200 Euro in der Stunde, während dem Investmentbanker 120 Euro pro Stunde bleiben. Natürlich kann der Banker eine halbe Million pro Jahr für seine frühzeitige Pensionierung auf die Seite legen. Aber was ist der Grund dafür? Um an einem schönen Ort zu sein, den ganzen Tag zu surfen und das Leben zu genießen. Naja, der Online-Unternehmer macht dies bereits, ohne auf seine Pensionierung warten zu müssen. Sobald der Cashflow die Kosten decken kann, die ein solches Leben verursachen, ist dies problemlos möglich. Kernaussage Nummer 3 Wie kannst du produktiver werden? Was ist die Differenz zwischen effizient sein und effektiv sein? Effektiv zu sein bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Effizient zu sein bedeutet, die Dinge richtig tun. Um dem Club der neuen Reichen mit ihren 4 Stunden Arbeitswochen beitreten zu können, müssen wir uns auf die Effizienz konzentrieren. Etwas nicht Relevantes zu tun, macht es deswegen nicht relevanter. Es ist Zeit, die unwichtigen Tätigkeiten und Aktivitäten zu streichen, die uns nicht näher an unser Ziel bringen. Es gibt zwei großartige Modelle, die wir im Hinterkopf behalten sollten. Pareto's Gesetz und Parkinson's Gesetz. Das Pareto-Gesetz beschreibt, dass 80% der Resultate durch 20% der Aufwände kommen. 80% der Umsätze eines Unternehmens kommen von 20% der Kunden. 80% der Konsequenzen kommen von 20% der Probleme und so weiter. Wir müssen unsere mentale Energie auf diese 20% konzentrieren. Zum Beispiel konzentrieren wir uns auf unsere Top 20% der Kunden und versuchen diese glücklich zu machen, während wir die anderen 80% auf Autopilot stellen. Im Allgemeinen heißt das, wäge regelmäßig deine Prioritäten ab und konzentriere dich täglich auf ein bis zwei große Ziele. Kleinere Dinge werden dazwischen kommen, aber diese musst du ignorieren, um bei deinen großen Zielen Fortschritt machen zu können. Das Gesetz von Parkinson beschreibt, dass eine Aufgabe ständig an wahrgenommener Wichtigkeit und Komplexität gewinnt. Zum Beispiel ist es mir auch schon passiert, dass ich den ganzen Tag Flugtickets gesucht und verglichen habe, nur um am Ende festzustellen, dass ich gar keins gebucht habe. Eine einfache, simple Aufgabe wird immer komplexer, je mehr Zeit man in sie investiert. Um wirklich produktiv zu werden, geht es nicht ohne Deadlines. Versuche dir anzugewöhnen, zeitig neue Deadlines zu setzen, sodass du deinen Pendenzen auch wirklich nachgehst. Idealerweise zwischen 24 und 72 Stunden. Sollte eine Aufgabe zu groß sein, um sie in dieser Zeit erledigen zu können, dann musst du sie in kleinere Teilaufgaben aufbrechen. Das beschriebene Problem ist auch bekannt als Studentensyndrom, was eine ständige Verzögerung und Verschiebung von Deadlines mit sich bringt. Etwas, das du jetzt sofort machen kannst, ist in den Kommentaren zu schreiben, wie du versuchst, deine Produktivität zu erhöhen. Vielleicht können wir so einige hilfreiche Informationen sammeln. Kernaussage Nummer 4 Werde zum Geist in der Maschine Es ist egal, ob du Student, Unternehmer oder Angestellter bist. Um dem Club von Tim Ferriss beitreten zu können, musst du lernen zu delegieren und Aufgaben zu definieren. Ersetze und multipliziere dich selbst. Du kannst einzelne Aufgaben outsourcen, indem du entweder Computer oder bestimmte Software einsetzt. Oder indem du jemanden findest, der die Aufgabe übernehmen kann. Wenn du jemanden für eine Dienstleistung bezahlen musst, dann kristallisiert sich schnell heraus, welche Aufgaben wirklich erledigt werden müssen und welche nicht. Würdest du jemanden 7 Euro pro Stunde zahlen, um einen Kunden zu betreuen, der 5 Euro Umsatz bringt? Natürlich nicht. Und es wäre noch abstruser, den Kunden selbst zu betreuen, da du deine Zeit wahrscheinlich höher wertest als 5 Euro in der Stunde. Bei solchen Fällen ist Eliminierung ein erster Schritt zur Automatisierung, denn auf diese Kunden bist du nicht angewiesen. Tim Ferriss spricht gerne von geografischer Arbitrage. Es geht darum, in Dollar zu verdienen, in Pesos zu leben und in Rupien zu kompensieren. Hole dir einen virtuellen Assistenten von Fiverr oder Upwork für zeitintensive und wiederholende Aufgaben und setze die Bezahlung für erledigte Aufgaben und nicht für geleistete Stunden. Zusammengefasst Setze knappe Deadlines, fokussiere dich auf einzelne, größere Aufgaben, outsource so viel wie möglich und mit der Zeit kannst du dich multiplizieren und zum Geist in der Maschine werden. Kernaussage Nummer 5 Kreiere unbeschränkte Mobilität Ja, auch als Angestellter. Für Unternehmer sollte nach der Eliminierung und Automatisierung der Fokus auf der uneingeschränkten Mobilität liegen. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein internetbasiertes Unternehmen. Für jemanden, der irgendwo angestellt ist, kann dies ein bisschen schwieriger sein. Du kannst nicht einfach zu deinem Chef gehen und ihm erklären, dass du ab jetzt vom Strand in Rio de Janeiro aus arbeiten wirst. Auch wenn dank Corona die Sensibilität für Homeoffice und so weiter verstärkt wurde. Nein. Tim Ferriss beschreibt 5 Schritte, mit welchen man sich langsam aus dem Büro zurückziehen kann. Schritt Nummer 1 Zusätzliches Investment Suche nach Kursen und zusätzlichen Trainings, die dir als Angestellter zur Verfügung stehen. Du möchtest, dass deine Firma so viel wie möglich in dich investiert. Schritt Nummer 2 Zusätzlicher Output Versuche einen Tag Homeoffice zu machen und strenge dich an, sodass dieser Tag richtig produktiv sein wird. Schritt Nummer 3 Quantifiziere den Vorteil gegenüber der Firma. Zeige deinem Vorgesetzten, wie produktiv du warst und was dies der Firma für Vorteile bringen würde. Schritt Nummer 4 Probephase Schlage deinem Chef eine Art Probephase vor, in der du für zwei Wochen von zu Hause aus arbeiten wirst. Stell dir sicher, dass du an diesen Tagen alles gibst und so produktiv wie nur möglich bist. Schritt Nummer 5 Verlängere die Abwesenheit Nach einer erfolgreichen Probezeit, kannst du die Zeitperioden, in denen du abwesend bist, langsam verlängern, bis du gar nicht mehr im Büro sein musst. Top! Fassen wir das Video nochmals kurz zusammen. Um den neuen Reichen zuzugehören, bedarf es einem 4-Schritte-Programm mit der Abkürzung Deal. Relatives Einkommen steht über dem effektiven Einkommen, sobald du genügend Cashflow hast, um deinen Lebensstandard decken zu können. Werde produktiver, indem du Aufgaben priorisierst und kurze Deadlines setzt. Denke dabei an Pareto und Parkinson. Delegiere Aufgaben, um dich selbst zu multiplizieren und so zum Geiste der Maschine zu werden. Die Schokolade und der Käse in der Schweiz schmecken am besten. Kreiere uneingeschränkte Mobilität für dich selbst, so dass du alles entdecken und erfahren kannst, was die Welt so zu bieten hat. Wie immer, findest du das Buch in der Videobeschreibung verlinkt, falls du es dir gerne ganz durchlesen möchtest, was ich übrigens absolut empfehlen kann. Ansonsten freue ich mich über eine positive Bewertung, falls dir das Video gefallen hat. Und wenn du neu hier bist, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst, um keine weiteren Videos zum Thema Geld, Finanzen und finanzielle Freiheit zu verpassen. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017